ich folge blut durchströmt bin ich ja dann bei dem vollen schrecklichen tag ja genau meine frau ist metzgerin ja mein ganzes schwein geliefert bekommen das geschützt war im panzer ja platziert wir haben einfach ein panzer wie genau auf mich darauf passt dass sie alle wir haben sich gegenseit kaputt aber jetzt kaputt man am terminal die dinger ja viel einfach ich kann ich nicht wieder ich habe keine spritzen ich bin am terminal nein die halbenbombe naja ich bin auf dem panzer gelandet auf dem panzer drauf gelandet als darunter gesprungen und so weit entfernt verlaupt als panzer rechts von der rechts von der ersten panzer fabrik habe ich aber jetzt viel einfacher kaputt gemacht habe eine granate eingeworfen so panzer genau in seiner kanone jetzt in der nähe er hat schon wieder ein panzer getroppt naja jetzt habe ich mein adler fallen gelassen worten auf euch werfen nicht auf mich oder ich nehme schaden bist du ja schon wieder ja ich dachte so da ist eine riesige gruppe so im sinne von normen die kümmere ich mich jetzt ach was mein hat ja wirklich ja panzer ist kaputt sagen wir machen wir weiter weil ich habe auch abbringend klar wir sind überall ich bin doch immer eck gelaufen mal na fast fast in die fabrik eingeladen ja gut ich muss ja langsamer dann nehmen na heißt hat man patrioten den zeiten ein gott leute ja ich würde nicht schlimmer als die insekten da war ja weiter ich hoffe es mir gleich ich weiß wie kugeln funktionieren Soll ich machen mich hier die ganze Zeit der Band verstrengen und nichts macht, aber was? Okay Es ist eine Taktik-Ausrüstung verfügbar Nein, komm ich halt So Ich mach dir mal mehr breit Ich bin am Termin Ich hab schon wieder Leute, da müsst ihr fixen, geht's auch nicht Was? Was? Also weiß, was ich meine Ja, wer mal auf der Karte geht? Also beschissen Da lang Hier wird es dann gestellt Dann verabschiede Nicht eine Spritze nehmen kannst du während der Karte bist Wieso? Weißt du? Ja 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 Du tust dich ja die ganze Zeit bewegen auf der Karte, wenn du einmal nach oben drückst dann Aktiviert Er hat ja jedes mal Also kannst du ja nicht nach oben gehen ohne zu aktivieren Also voll beschissen Ja Wo bist du? Ich bin nochmal ein bisschen wie die Steine aussehen mit den Überproben Ja 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 Das habe ich noch die hießen und wir sehen nur wie anders aus Ja Dein Dein Hulk gegen mein Mekka Wenn ich hinwerfen würde ich sehe ja nichts gegen den blöden Eis Nein, jetzt habe ich keine Paketen übrig Ja Wir müssen ja den Umweg nehmen, weil da hinten ist nur Tor Lange mal spät Das ist ja nirgends mehr nur blöde Höllenbombe dritte Wenn ich rein stolper Okay Weil ich habe mich gesehen Er sagt mein ding ist schon fast fast am sterben Ich muss gleich aussteigen, Leute Ich muss gleich aussteigen, Leute Ja Na mein gott Jetzt habe ich alle zeit der welt hat trefft das ding nicht Ja 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 Ich muss mal Ja 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 Nein! 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 ja aber für uns besitzt das sniper gewähren was du raus hast verstärkungsbudget verbraucht wo land ich denn wo wo ah Ja. Ah. Ah, da geht es. Oh, da geht es. Oh, da geht es. nein 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 das ist gerade nachladen heute noch einmal drauf auch ein abgebogen die demokratie Nein. Ah. Mein Wein. Aus dem Weg. Voll wie cool. Reingeservt. ja da machen wir ihm die insekten ja das ist sowieso nicht naja wir sind direkt in so einem punkt dingen eingelandet und konnten irgendwie noch nicht wir machen am anfang ja so eine neue waffe ausprobiert eine menge sachen die schief gelaufen ja ja was genau dazu wieder kommt sobald wir in der roboter mission gehen die freiheit der galaxie ist noch immer bedroht müssen wir uns ein aber auch ich sie so wir hatten nicht so einen beschissenen start und den insekten er sagt du hast recht und ich bin immer frei ich lege immer falsch wer bist du meine mutter ich glaube ich meine mutter wir kannst du mit jeder einzelnen logik abgeschlossen ich kann es so voll mit logik irgendwie konnte ich sagte so nett das system ja sind wir insekten damit du mir wieder sagen kannst der ist ja voll einfach egal was ich mache ich werde immerhin der falle von der gelockt in der ich bereit will ich übrigens rein treten ich tue nicht irgendwie voll auch ein fall so nein wie konnte das passieren ich gehe bereit will ich in diesem fall weil ich genau weiß ja ich würde nicht vergleichbar irgendwie den content irgendwie wenn wir gegen insekten kämpfen ging wenn wir gegen roboter kämpfen ich werde dauernd umzingelt von dem blöden sind nicht so viele wie insekten ja da bin ich wen bei in den sekten naja war aber bis die aliens rauskommen wie die drauf sind genau mit mehreren wir spielen mit random leuten da könnte man schaffen da kommen wir wissen sie irgendwie hier zum fahren irgendwie ich weiß ich will er macht ehrlich gesagt was ich da umgeändert habe ist gar nicht wo ich doch mal geändert habe wenn du mich so machen wir überhaupt jetzt gar nicht ellie kuppel in die kuppel die kuppel ist tot da konnte ich nicht durchschießen ich weiß dass der blitzstall auf mich zukommen ich weiß nicht was hier schon wieder schief gegangen ist mein gott sieht das ja schön aus so habe ich sobald es erst machen warst du da ok es ist kein radio mehr für die insekten dann gehen wir ihm da lang groß sind schon die fetten viecher ne es ist ein groß und ich habe das staub heute Oh No haben es war jetzt warum tue ich dann langsamer laufen schweren glitschen irgendwie ein bein hat immer irgendwie voll lang am glitschen ist meine stehen ich hoffe ich da habe ich da alle platzen gesehen okay okay und und natürlich ich meine geschützt habe gemacht und die rei kaputt gemacht ich glaube hier ist gerade gewesen dieses unsichtbar gesehen ja jetzt habe ich keine spritzen kann ja nicht aussehen einsetzen aber karte ich lerne ich bin in meinen dingen also wir bringen wir nichts die fetten ok das ist ein großes mittleres für mich sieht es groß aus wenn wir so hat zwischenlaufen zwischen den beiden ohne zu triggern ich habe ich jetzt nicht wieder irgendwas anzubrennen ist ein safe machen wir mal schon mal hier sind das dritte vor der nächsten mission ja glaube ich irgendwie den stein von jose so die ganze zeit nun mal mit schlappen startkort oder schläppen aber den stürmer so du denkst doch irgendwas schädig auf dem paket abgeliefert ach so hey ich hatte ja gar keine spitzen normalerweise hat man immer zeit jetzt überleben die demokratie ist gelattet aber so ein ist okay 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 Das ist das. ok weil ich nein ich habe das war gott das ding ist direkt hier vor 100 meter wenn ich nicht in meinem weg und einmal wege dann kann ich nicht aus was ich meine spritzen einsetzen nein also gesehen wieder geflogen ist oh nein ich bin tot mein gott leute ja genau ich auch gerade machen obwohl hier ist man die zonen sich ich gehe an Terminal auch doch bestätigt mein gott ich habe ihn noch getroffen da hat er sich zu mir um nein bin ich nicht wieder an der exakt gleichen stelle aber noch einer bei mir ok ok deswegen war sowohl cv war ja auch noch nicht also eigentlich der sinn irgendwie den adler nachzuladen da kann man kann ja nur direkt verbrauchen dann lädt er sich darauf das möchte ich zwei minuten mal haben wir sich wieder mal jetzt zwei schüsse ab welcher trägt irgendwie den einen noch weg ballern können ja ich habe jetzt mal gemacht um zu gucken ich verstehe euch den sinn davon sondern gleich die zweite lagen wegwerfen da muss man auch wieder zwei minuten warten also aber ich finde ich noch am abschließen nur ein stürmer ja ich weiß nicht was du deinen save eingepackt hast aber ja ja ich komme mit diesem bein gegner nicht nachkommen er hat sie mich neu überleben lassen können fast auch ja genau das anfragen bestätigt Die Demokratie ist gelandet. Wir benötigen ein Geschütz. Das wird unterwegs. Da. Okay. Er ist ein Stürmer. Ja, mein Geschütz. Ja, mein Links. Ja, habe ich geraumt. Wie kann er sagen? Mein Gott. Ich möchte vom Nahe mit dem Racken abschließen. Ich bin einfach nur eins und teile über. Weil am rumfliegen. So. Ah. Sehe ich gar nicht. Sehe ich gar nicht. Ah. Ah. da kommen wir darüber ja schon mal da innen gucken ich stelle gerade gegen den baum geknallt ja stort ja stort kommt an klar an ja 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 was meint er mit bier ja ich glaube das ist der ja naja geber sagt er oder ganz hinten ist ein titan so einen guten tag gesagt so 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 my motor yucked und 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 es ist denn da haben wir aber noch die safes da ganz hinten ich trafte nicht von links von allen seiten Was ist das? Oh wird noch irgendjemand da kommen sie von ihr so hat es auch von nach 10 sekunden nein ich war ziemlich über einen form dagegen hat ja da ich meine problem ich habe zwei von allen oh ja die lebensweise ich habe immer noch nicht genug jemand leute könnte man zwar mehr als nur zwei sternen geben haben wir noch keine zeit für dann soll ja nicht mehr kann über sein level höher als er jetzt wir noch mal gar nicht ich muss einige offscreen mit so machen damit ich genauso viel verfahrenspunkte wie du wieder hast nein ein mehr da ich wollte 80 was ich möchte ganz weit aufgucken eine kleine mission machen können haben wir sogar eine kleine macht eine geschütze breit macht dich bereit naja ich habe ein anderes geschützt man die personen wie die war ja eigentlich auch nicht schlecht wie so eine mission oder die war traketen geschützt mehr was verletzungen stand zu halten was soll man eine andere waffe ausprobieren ja schon lange war ja mgs benutzen zu versuchen das ist eine gute mg empfehlen du hast den liberator glaube ich manchmal ich nehme mal den schiedsrichter ich tue da überwiegend meine geschützt zu benutzen ganz gut genau ich sage es so ja box töten wo ist da jetzt max bei den töten wir benötigen eingeschätzt er hat schon auch nicht er ist tot ich nehme an meinen dings hat er in der ls helfe ich auch bei der baby a trip hatte ich durch genau dahin mit schießen mein mein gott wie lange geht denn das ding noch jetzt weg ein bücher liebes diesen logis louis wie viel auf mich zugesprungen würde wie viele auf dich auf einmal zugesprungen auf einmal habe ich gesprungen sind ja er hat gewiebt leider wenn man 40 ja 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 wenn ich gerade spore nicht wieder eins meiner kettlings er hat nicht mehr geschützt wir haben so viele gesprungen aber geschützt er hat einfach weiter so viel springer auf einmal obwohl es mich gerade wortlich getötet hat ich glaube das ist ein fehler ich habe schon wieder nicht bei mir hat sie wieder eine voll weil wir auch nicht aber sie sind hinter der man keine sorge ich glaube ich hatte man ist auch nicht schlecht eigentlich das ganze gegner jahre zerbomben damit dass er gratis explosion ja das war cool wieso du hast jetzt die ganze explosion und alle gegner die erfolgen jetzt von der explosion ich sehe noch wie wir die ganze zeit die kills bekommen 98 990 sehr glücklich Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Trägt mir den Quag! Pelikan 1, kehrt zum Warkuierungspunkt zurück. Bitte begebt euch in den Evakuierungsbereich. Pelikan 1 nähert sich Apollo. Ah! Nicht mich töten! Oh! Darüber holt. Ja, wir tun noch manchmal ja. Nach der Zeit landen wir auch in den Boden rein, glaube ich. Aber noch ein bisschen. Wir haben bestimmt noch nicht alle Proben gesammelt, oder? Aber ich sehe die überall verstreut. Nein, nicht die Waffe. Bist du sicher, dass dabei ist? Also da durch das Proben behälter. Und der letzte. Na, ne, eine fehlt noch. Ah, ah. Wo ist die letzte. Ah, sehr leite. was du auf ja ich dachte wird mich dafür wird mich töten da wird die granaten fallen lassen und die würde ich dann töten ja warte ich habe auch wieso bin ich ein ding ich wollte auch gratis tos kämpfen du hast als verräter gebannt mag nicht ich da jetzt will ich ja tos gibt wird befördert demnass